Neuer Kontakt, Frachter mit schneller Fahrt, auf gleichbleibender Entfernung. Peilung 1, 2, 2, in großer Entfernung. Neuer Kontakt, Frachter mit schneller Fahrt, auf gleichbleibender Entfernung. Peilung 9, 0, in großer Entfernung. Neuer Kontakt, Frachter mit schneller Fahrt, auf gleichbleibender Entfernung. Neue Tiefe 1, 6, 0. Neuer Kontakt, Frachter mit schneller Fahrt. Neuer Kontakt, Frachter mit schneller Fahrt, auf gleichbleibender Entfernung. Neuer Kontakt, Frachter mit schneller Fahrt, auf gleichbleibender Entfernung. Neuer Kontakt, Frachter mit schneller Fahrt, auf gleichbleibender Entfernung. Peilung 1, 2, 4, in großer Entfernung. Neuer Kontakt, Frachter mit schneller Fahrt, auf gleichbleibender Entfernung. Peilung 1, 2, 8, in großer Entfernung. Neuer Kontakt, Frachter mit schneller Fahrt, auf gleichbleibender Entfernung. Peilung 1, 5, 0, in großer Entfernung. Tiefe beträgt 1, 1, 0. Neuer Kontakt, Frachter mit schneller Fahrt, auf gleichbleibender Entfernung. Peilung 1, 3, 1, in großer Entfernung. Neuer Kontakt, Frachter mit schneller Fahrt, auf gleichbleibender Entfernung. Peilung 1, 2, 3, in großer Entfernung. Neuer Kontakt, Frachter mit schneller Fahrt, auf gleichbleibender Entfernung. Peilung 1, 2, 8, in großer Entfernung. Neuer Kontakt, Frachter mit schneller Fahrt, auf gleichbleibender Entfernung. Peilung 1, 5, 4, in großer Entfernung. Neuer Kontakt, Frachter mit schneller Fahrt, auf gleichbleibender Entfernung. Peilung 1, 5, 0, in großer Entfernung. Neuer Kontakt, Frachter mit schneller Fahrt, auf gleichbleibender Entfernung. Peilung 1, 6, 2, in großer Entfernung. Neuer, 5, wird bewässert. Neuer Kontakt. X-Chef mit langsamer Fahrt, auf gleichbleibender Entfernung. Peilung 2, 0, 3, in großer Entfernung. Neuer Kontakt, Frachter mit schneller Fahrt, auf gleichbleibender Entfernung. Veilung 2, 0, in großer Entfernung. Neuer Kontakt, Frachter mit schneller Fahrt, auf gleichbleibender Entfernung. Neuer Kontakt. Ein identifiziertes Schiff in Sicht. Bus 1, 6, 4. Ziel erfasst. Rohr 1, breit. Boot auftauchen. Identifiziertes Schiff in Sicht. Bus 1, 2, 3. Fahrt beträgt 1, 5. Knoten. Schiff in Sicht. Kurs 1, 6, 6. Laufen auf beiden Dieselmaschinen. Schiff in Sicht. Kurs 1, 6, 7. Ja, Herr Kallon. Kühlungsmeldung unterwegs. Schiff in Sicht. Kurs 1, 6, 7. Kurs 1, 6, 7. Kurs 1, 6, 7. Schiff in Sicht. Kurs 1, 6, 7.